Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Darkest Dungeon. Ja und langsam mag ich das Spiel. Jetzt habe ich schon gedacht, kann man die hier wieder aus dem Friedhof herausholen? Kann man die auferstehen lassen? Grauer Wolf und Treffer. Hänge ich schon ein bisschen dran. Den müssen wir noch... Ach, das kann ich gleich machen. Genau, das kann ich gleich machen. Der heißt jetzt Fang. Fang. Wurde auch Fangschuss genannt. Tja. Das ist echt schadener Treffer, mein Freund. Bekannte Betrüger. So, naja. Wollen wir nicht länger nachweinen, ne. Aber das finde ich eben schön. Das mit dem Tick so ein bisschen und Stress, ne. Und ich finde ja sowieso, dass man viel mehr so ein bisschen Rollenspiel reinbauen könnte, ne. In so Spiele. Mal abseits von den Kämpfen. Nur immer zu Kämpfen. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. So. Ähm. Wo, wie, war... Äh... Äh... Was... Was könnten wir noch tun? Meine Freunde der Nacht. Du kannst nichts... Ja, ganz klar. Haben wir da... Haben wir alles schon gemacht, oder? Aber Valkyra könnte mal hier, ne. Okay. Gut. Ja, aber jetzt hätten wir Snipped unbedingt zu machen brauchen, ne. Denn wir werden ja mit Alrik losziehen. Das ist der Einzige, der hier drei hat, ne. Twainer ist noch von Anfang übrig. Und... Max. Und Phantom. Aber Phantom... Ist nicht aufgestiegen. Warum denn das? Warum denn das eigentlich? Phantom ist noch eins. Also, ich weiß nicht. So, wir brechen auf, ne. Aber wir schauen noch mal kurz hier. Ach so, ja. Wir bräuchten ein Kopfgeldjäger. Wie war's denn? Ey, das ist immer blöd, wenn wir nicht... Barenkreuz oder... Nicht. Hm, nee. Das ist eben immer das Blöde. So, jetzt müssen wir schauen. Wir könnten... Nee, Mittel ist blöd. Oh, jetzt... Oh, je, je. Oh, je, je. Das hier machen wollen. Und bekommen... Oh, nichts Besonderes. Hm, das ist die einzige Chance hier. Kurz und Lehrling. Immerhin 3000 Münzen, ne. Okay, wir nehmen mit... Wir nehmen trotzdem mal Valkyra mit. Und lassen mal Alrekir. Hm. Nehmen weiterhin mit unseren Phantom. Mit der ein bisschen, ne, zu was kommt. Nehmen Feng mit. Dann brauchen wir auf alle Fälle noch ein... Genau. Und dann bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Hm. Hm. Ja, wir nehmen erst mal... Das... Ich weiß es eben nicht. Das ist manchmal, wenn kurz dort steht, ist es trotzdem lang irgendwie. Wollen wir einen Schlüssel mitnehmen? 200 kostet dir... Ah, ah. Lieber noch eine Bandage, oder? Hm. Oder lieber noch eine Schaufel. Hm. Ja. Eine Schaufel. Und das wär's, ne? So gehen wir jetzt fort. Oh, das ist echt übel. Finde ich. Viel zu wenig haben wir dabei. Du, mein Freund, bist fürs Entschärfen zuständig. Danke. So, dann. Aufgepasst. Wir müssen eigentlich noch Tics behandeln. Da ist noch einer. Oh, nein. Phantom. Geht schon gut los. Dafür gibt's einen Kasten Bier. Ah, schön. What now? Super. Das fängt ja total toll an, ne? Ach, ne. Den wollte ich eigentlich ihm hier. Ich hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja, das war schon mal äußerst erfolgreich, ne? Äußerst erfolgreich. Hm, hm. So. Wir fangen mit Phantom an, der einen Giftschlag landen kann. Das mach bitte auch mal, mein Freund. Ähm. Zwei nach vorne. Dann können wir den blöden... Achso. Na, nicht ganz. Dann kann Valkyria... Wieso ist denn der immer geschwächt? Das ist ja doof, ne? Schuss aus der Nähe verfehlt. Sehr schön. Und geschwächt. Toll. Läuft das. So, passt auf. Nicht schlecht. Der kann erstmal da hinten nämlich gar nichts machen. Doch, der kann was machen. Wieso? Wie hat er denn das geschafft? Wie kann denn der... Wie kann... Hallo? Na, ihr versteht. Die Problematik. So, wir markieren mal... Das Ziel hier noch. Und dann... Los geht's. Sieh, ist nicht schlecht, Pfand. Oh, und noch Bluten. Sehr schön. Ich bin begeistert. Oh, die hat gesessen. Hm, hm. Der ist auch nicht schlecht. Ohne, muss ich sagen. Ähm. Mach mal nochmal hier. Drei bis vier. Vielleicht schaffst du es ja so. Zack. Zack. Haut der ihn um? Ähm. Genau. Achso, du machst ja dann immer Bluten noch mit, ne? Ja, das ist natürlich weniger schön. Dafür blutest du den hier um. Warte, du mal lieber mal Heilung. Ähm. Ihn. Nicht, dass der uns wegblutet. Äh. Heilung und natürlich, klar, ne? So. Aber wir hauen dich jetzt erst mal weg. Nehmen wir gerne mit. Was ist denn das? Was ist denn das? In einem alten Ritual. Barbarisch dazu. Und du bist doch barbar. Ausgezeichnet. Wir haben, haben wir jetzt das Ding erforscht? Ja. Hmhm. Was kommt? Ein Kampf hier? Oho. Aha. Aber hier erst mal nix, ne? Hier müssen wir aufpassen. Wir wollen mal schauen, ob nicht jemand anderes vielleicht bessere Werte doch dann hat. Oh. Oh. So. Und hier wirst du wahrscheinlich wieder versagen. Nein. Juhu. Barbarisch genug, oder? Oh. Die sterblichen Überreste. Zum Lenker damit. Blutrunstig. Mist. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Fasziniert von Verletzungen, Wunden und Folter? Na, traumhaft. Boah. Die ist schon ein Haufen Ticks hier, ne? Die Walküre. Ist ja Wahnsinn. Die kriege ich gar keinen Tick mehr weiter. Die hat schon so viele Ticks. Dass sie eigentlich schon untragbar ist. Für Gruppe und Leben. Oh, oh. Oh, oh. Zwei Kämpfe folgen. So. Bücher. Komm, wir machen mal den. Einen bleibenden Effekt. Obust. Oh. Lebenssaft gewonnen. Sehr schön. Und du? Ja, klar. So. Schön wäre es, wenn wir die Hinteren zuerst niedermachen. Warte mal. Wir wollen aber trotzdem erstmal den. Du haust mal durch, die Bande durch. Ah, schau. Schau. Die. Was ist denn eigentlich? Haut den mal weg. Their formation is broken. Maintain the offensive. Haut den mal weg. Oh, oh. Oh, oh. Fang. Fang. Fung. Achso, wir müssen... Oh, ich seh grad was. Ich seh grad was. Die sind zwar noch ganz... Stressresistenzen, ne? Aber wir müssen aufpassen. So, was haben wir denn eigentlich hier? Heilung. Achso, das kann der auch. Ne, mach mal das hier. Danke. Was beschwörst denn du, mein Freund? Na, na, ist gut. Gut, ne? Ähm... Ziel markieren, warum nicht? Und dann könnten wir nämlich ein zufälliges Ziel mit Schnellschuss... Jo, gerne. Und du haust den jetzt um. Und 900 gehören uns. Äh, achso, halt. Wartet mal. So. Ne, wir machen dich wieder ans Ende stellen. Okay. Das ist eigentlich ganz nett hier. So, warum... Warum kann ich denn nicht hier hinten ran korrigieren? So, wir müssen wieder... Wartet. So. So, wieder ein Kampf. Was bekommen wir noch? Ein Hindernis und eine Kuriosität. Kuriositäten können... Oh, das könnte wieder was Übles sein. Ähm... Deswegen Barbarin. Die Barbarin nimmt es. Äh. Man soll da gar nicht rangehen, ne? Man soll manchmal da einfach nicht rangehen bei sowas. Sag mal, da war doch... Unser Pest... Ah, das ist natürlich jetzt doof. Warte mal, wie viel... Du könntest... Ja, den... Wenn du Glück hast... Juhu. Wenn du Glück hast, Juhu. Oh, dann blutet sie. Ne. So, das setzt sich dem Blut. Und dem Blut. So, dann... Boah. Super Fang. Die Truppe hier, ne? Hier. Jedenfalls zumindestens... Hier in dem... Labyrinth schlägt die sich echt gut. Oh, wir haben sogar eine Schaufel dabei. Wahnsinn. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Und jetzt? Boah. Boah. Mist. Voll den Stress bekommen hier. Aber nur, weil wir nicht dran denken. Bekommen die voll hier den Stress aufgedrückt. Mist. So, was haben wir denn? Ein Lesezeichen? Oh. Da müssen wir einfach nur aufpassen. Oh nein! Was passiert jetzt? Suche Blockages are unsurprising. Ach so. Ach, wir haben gar keine Sch... Wir haben gar keine... Without tools of iron, you must rely on flesh, an indefatigable purpose. Was, wir brauchen nur eine Schaufel, um alle... Ach so, ich hab gedacht, die wird zerstört, die Schaufel. Ach schön. Warte, das machen wir gleich. Ach komm, wir machen noch eins. Okay. Oh, die haben wir... Schade eigentlich, ne? Schade eigentlich, wir haben die so schön stressfrei. Wir müssen da wirklich auch... Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und jetzt kriegt er auch noch Phantom schlechte Laune. Mist. Gift schlug. Okay. So, den zeichnen wir noch gleichzeitig. Ja, der bricht sich erst mal über uns. Hm, hm. Und erhöhte Stresslevel um... Oh, tausend. Oh! Was ist denn jetzt hier los? Ja, das stimmt. Wir sind grauenvolleren Dingen schon begegnet. Wieso kommen wir denn nie dran? Oh, man. Erkert mich hier schon wieder. Ah, betäuben. Wie seid ihr im Betäuben? Boah. Hm. Ja, wir müssen erst mal... Reicht nicht. Reicht... ...überhaupt nicht. Ah! So, reicht nicht hinten und nicht vorne. Und jetzt der true Test. Nicht fangen. Nicht fangen. Oh, der kann sogar noch mal dran sein. Das ist ja super. Tja, dein Lebensfaden spinnt sich weiter, aber nicht sehr. Oh, der hat gut... Der hat gut... Der hat gut... Einen guten Verlust, ne? Ne, warte. Oh! Danke. Danke, Phantom. Das war lieb und nett dazu. Oh, danke. Achso, dem müssen wir noch einen anderen Namen geben. Brett Wardine. Sag mal, wollten wir denen jetzt schon immer einen anderen Namen geben? Hm, hier geht's aber nicht. Im Kampf haben wir ja schon mal gesagt. So, ähm... So, passt auf. Ja, das war... Vielleicht hätte ich einen nicht draufhauen sollen, aber... Schalt mal hin. Das ist nicht... ...das Schlechteste. Was, eine Darmkolik bekommst du? Ja, super. Also das heißt nichts anderes als... ...sch, sch, sch... ...ähm... ...dünn Pfiff. So, mhm... Was mache ich mit dir? Komm, wir machen nochmal Gehalt. Ah, wir heilen nochmal. Super. Super heilen wir. So, da hätten wir noch einen. Die wird ja immer geschwächt, ne? Das ist blöd. Das ist echt doof. So, los geht's. Das ist nicht viel, was er noch hat. Aber er muss nochmal einen schmerzenden Park... Oh, echt. Bitte nicht tot sein. Bitte nicht. Ja, ich weiß, dass er nur noch wirbelnde... ...Schwärze siehst. Und natürlich, ganz klar. Das ist echt doof, oder? Doof. Wie, 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 wie... ...warte mal... ...wir müssen noch... ...warte mal... ...warte mal... ...wir müssen noch die Truhe hier... ...der Inhalt gehört auch noch uns. Achso. Nee. Nee, nee. Nicht so. Jo, nehmen wir mit. Ja, wir bräuchten sowas da. Oder? Das fehlt uns. So ein bisschen. So, Valkyra. Das ist schon mal schön. Widerstand gegen Krankheit. Aber Krankheiten hatten wir noch nicht, oder? Man hat dazu Gegenstände zu stellen fangen. Das ist blöd. Ähm, Straschern. Ah, Über ist blöd. Wir haben immer noch nicht. Tödlich, das ist gut. Das sieht gut aus. Was haben wir denn eigentlich hier jetzt? Hundemeisterpest. Da kommt nur Blödsinn an, oder? Das ist zum verrückt werden. Das ist echt zum verrückt werden. Vor allen Dingen fehlen uns da die... Was sind das? Urkunden. Die fehlen uns echt. Mist. Fentum ist nachtblind, besessen von Selbstverehrung. Ja, da kann man mit leben. Zu einer. Ja, die, ne? Pfu. Das sind ganz schöne Tics. Achso, den werden wir jetzt mal umbenennen. In Gandalf. Ja, das ist nun mal Gandalf. Es gibt nicht nur den einen Gandalf. Äh... Äh... Jo... Hm... Xenia, was hast du noch mal hier? Besessen von Nahrung. Das könnte uns übel zu stehen kommen, oder? Xenia. Sag mal, Xenia, warum bist denn du immer noch? Dich hatten wir doch gar nicht dabei. Hatte ich dich nicht eingesperrt? Das ist ja doof, oder? Warte mal, Xenia. Wir werden trotzdem mal... Fungleptomoner neigt dazu. Ach, trink niemals im Tuch. Das ist natürlich auch nicht schön hier. Das ist gar nichts schön. Pass auf. Als erstes kommt Xenia in die Taverne und säuft sich hier einen an. Fang kommt dazu in die Spielhalle. Ja, da war ja auch nichts. Und spielt, was es so hergibt, ne? So. Phantom, die Bestdoktorin, wird meditieren. Danke. Joanna kommt mit. Max kommt mit. Also die alte Truppe kommt. Oh Gott, ich auch eine Schreckliches. Die alte Truppe kommt mal mit. Aber Phantom ist immer noch nicht aufgestiegen. Ist doch Wahnsinn, oder? Warum? Phantom ist immer noch auf Stufe 1. Hat sich so gut geschlagen, oder? Hm. So. Hm. Gandalf. Der Weiße. Gand... Gandalf. Gandalf könnte man noch irgendwo hinstecken, ne? In die Bußkammer. In die Bußkammer. A man in a robe. Claiming communion with the divine. Madness. Okay. Mehr können wir nicht. Mehr geht nicht. Wir haben kein Gold mehr. Kein Geld mehr. Ne, nicht Gilda. Entschuldigung. Wartet. Wir schauen hier. Ähm. Minus kritischer Treffer. Plus. Nur für Kreuzfahrer. Abwehr. Plus 5% Abwehr. Ist aber schön. Das möchte ich eigentlich gar nicht hergeben. Wieso bist denn du da so doof hier? Dann haut er kaum kritischer Treffer raus, ne? Aber der haut eh nur 0,5% raus. Also im Endeffekt, ne? Interessiert's mehr oder weniger gar nicht. Ja, wollen wir schauen, ob das jetzt hier so passt. Und dann können wir mal los tigern. So halt wir tigern ja nicht mehr jetzt los. Ciao, ciao.